Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den neuen Tag gestartet. Momentan traden wir bei knapp 23.000 US-Dollar. Wenig Veränderung bis jetzt. Wochenende steht vor der Tür. BZB hat um 0,5 Basispunkte erhöht, hat keine wirklichen Auswertungen gehabt. Es war wirklich vorhersehbar bzw. war es schon in die Märkte eingepreist. Tesla hat wie gesagt gestern verkauft, hat auch keine wirklichen Auswertungen gehabt, Auswirkungen gehabt. Deswegen schauen wir uns jetzt heute einfach mal an, was kann jetzt im Laufe des Wochenendes oder im Laufe des heutigen Tages noch passieren. Was kommt vielleicht auf uns zu? Schauen wir uns auf jeden Fall an. Lasst dem Video auf jeden Fall, liked da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall immer benachrichtigt. So, jetzt sag ich mal, starten wir direkt durch. Wie gesagt, knapp 23.000 US-Dollar. Wir haben weiterhin einen intakten Abtrend mit langsam abflachendem Volumen. Also der war noch intakt bis wir hier oben angekommen sind, bei ungefähr 23.000. Mit unserem Peak bis 24,3. Und seitdem nimmt das Volumen kontinuierlich ab. RSI ist immer noch sehr, sehr weit oben. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons geben uns momentan Support. Trotzdem sieht es momentan nicht wirklich nach Stärke aus. Ich erwarte weiterhin, wir haben gestern schon im Livestream ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Wer es nochmal angucken will, der Livestream ist mittlerweile online. Dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir uns vielleicht nochmal maximal dieses Hoch bei ungefähr 24.400 US-Dollar holen. Wenn nicht sogar nur bis ungefähr 24.000 US-Dollar. Also bis in unsere 4 Stunden Supply-Zone hier. Da könnten wir auf jeden Fall noch reinsteigen. Nochmal vielleicht ein Retest des Abtrends und dann vielleicht der Durchbruch. Also das ist momentan so ehrlich gesagt das wahrscheinlichste Szenario, was ich sehe. Okay, ich sehe jetzt nicht mehr diesen Push in die 27k-Region. Wir schauen uns gleich nochmal Ethereum an. Da sieht man es nochmal deutlich, deutlich besser. Im Endeffekt, was wir bei Bitcoin hätten sehen wollen, was bei Ethereum passiert ist. Und zwar haben wir hier drüben einfach dieses Void, beziehungsweise diesen krassen Abverkauf. Weiterhin diese Lücke, sage ich mal, bis ungefähr 26.800 US-Dollar. Diese wurde bisher nicht gefüllt. Die hätten wir aber eigentlich ohne Probleme füllen müssen, weil hier, wie gesagt, keine Widerstände mehr dazwischen sind. Das heißt, wir hätten sehr, sehr wenig Volumen gebraucht, wir hätten sehr, sehr wenig Impulse gebraucht, um diese Zone zu durchbrechen. Und jetzt haben wir eben hier diese Zone bis ungefähr 24.300 US-Dollar, wo wir einfach nicht drüber kommen. Wir sind zwar über den Pivot drüber gekommen mit einer 4-Stunden-Candle, sind dann jetzt aber mit dem nächsten Tag wieder drunter gewesen und konsolidieren jetzt hier. Und das ist momentan zumindest kein gutes Zeichen. Normalerweise wollen wir sehen, dass solche Widerstände, zum Beispiel wie die Mantvli-Widerstände, impulsiv durchbrochen werden oder zumindest eine impulsive Bestätigung kommt. Bestes Beispiel, letzten Monat, wo wir auf 17.500 US-Dollar gekracht sind, hatten wir hier perfektes Volumen, sind dann von hier abgeprallt und sind danach konsolidiert. Und sowas möchten wir im Endeffekt sehen. Wir möchten jetzt nicht eine Konsolidierung um den Pivot sehen, also da drunter, sondern wenn, dann müssten wir da rüber kommen und dann hier wirklich erstmal ein bisschen Bestätigung sehen und dann einen neuen Impuls nach oben. Und dann sollte aber auch dieser Support dann auch beständig sein. Und das sieht momentan einfach nicht danach aus. Wir gehen mal ganz kurz in den Daily Chart, da sehen wir es dann auch. Ich mache mal kurz nochmal das Ding hier weg. Letzter Daily Close minimal darunter, heute wieder minimal darunter. Also es sieht ehrlich gesagt jetzt nicht bullisch aus, was wir hier sehen zumindest momentan. Also die Candles sehen nicht wirklich gut aus, wenn dann so eine Candle, wie wir sie da unten hatten, schöner impulsiver Move nach oben, nochmal am nächsten Tag in die Nähe zu kommen und dann wirklich seitwärts oder abwärts halt eben gehen, äh aufwärts gehen. Und das sehen wir hier eben nicht, deswegen bin ich eher davon überzeugt, dass wir jetzt übers Wochenende doch ein bisschen bearischer werden. Preisziele haben wir ja gestern schon mal ein bisschen näher angesprochen, wären weiterhin, sollte das Golden Pocket so bleiben, sage ich jetzt mal. Also wenn wir nochmal dieses letzte Hoch rausnehmen, müsste das halt ein bisschen verschieben. Aber Preisziele würden dann ungefähr, das Golden Pocket liegt bei ungefähr 20.700 bis, ich sage jetzt mal knapp 21.000 US-Dollar. Perfekte Confluence mit dem 200er SMA plus unser gelber Abtrend, der hier auch noch intakt ist, also unser weitläufigerer Abtrend, sage ich jetzt mal. Das wäre eigentlich so die perfekte Bestätigung, auf die wir dann warten. Hier runter minimal vielleicht noch auf den Abtrend 20.200 passt dann perfekt wiederum mit dem 0786 Fibonacci Retracement Level. Das wären die Zonen, wo ich dann überlegen würde, eine neue Long-Position vielleicht aufzumachen. Die Swing-Position läuft weiterhin, ist aber mittlerweile jetzt mit, ich glaube, 15 oder 20% zugemacht. Stop-Loss habe ich noch nicht auf Entry gemacht, weil ich noch diese Bewegung hier abwarten will. Vielleicht landet ihr dann auch minimal im Minus oder ich lasse es weiterlaufen. Werde ich euch auf jeden Fall natürlich in der Telegram-Gruppe dann ein Update da lassen. So, wie gesagt, das wäre eigentlich so die bullischste Variante. Wir kriegen unseren Bounce übers Wochenende, beziehungsweise konsolidieren hier unten dann, oder kriegen halt diesen Abverkauf. Und dann in der neuen Woche mit neuen Impulsen im Endeffekt, dass wir dann doch nochmal die 28.000 vielleicht sogar anlaufen. Das ist aber immer noch das Primärziel, die 28.000 restvoll. Ich sehe es jetzt nicht, dass es übers Wochenende kommt. Dafür ist dann schon wieder ein bisschen zu viel Unsicherheit meines Erachtens im Markt jetzt durch die News. Nächste Woche wird, glaube ich, dann die Zinserhöhung auch noch bekannt gegeben. Könnte auch nochmal ein bisschen mehr Volatilität reinbringen. Das wiederum wäre dann das Szenario, dass wir dann wirklich hier oben sind und dann unseren nächsten Abverkauf kriegen. Oder vielleicht sogar unsere 30% Korrektur, weil die letzte ist schon ewig her und hier würde es halt im Endeffekt passen, mit 25, 26% so eine Korrektur dann einfach einzuleiten. Sollte wirklich diese Fett-News dann wiederum kommen. Andererseits haben wir schon mal drüber gesprochen, die Inflationszahlen sind rückwirkend im Endeffekt. Die Zahlen werden jetzt wahrscheinlich von Monat zu Monat wieder besser. Heißt dann wiederum für uns, es könnte wiederum neues Kapital in den Markt kommen, weil, ich meine, EZB erhöht die Zinsen. Länder wie Griechenland, Italien etc. pp. sind sowieso schon am Abkacken. Ob dann nicht früher oder später einfach wieder die Gelddruckmaschine angeschmissen wird und das dann wiederum positiv für Aktienmärkte ist, für Kryptomärkte und so. Und dann könnten wir uns über einen neuen Bullrun unterhalten. Vorher sehe ich das einfach nicht. Vorher sehe ich die 27 oder ich sage es mal pessimistisch 26k. Optimistisch haben wir Luft bis 30k. Irgendwo in diesem Bereich einfach sehe ich diese Konsolidierung. Dann vielleicht den letzten Abverkauf und dann mit möglichen neuen Gelddruckerei oder sowas im August oder September dann mit neuen Impulsen nach oben hin. So, ausführliches Bitcoin-Update. Jetzt schauen wir uns Ethereum an. Auch hier haben wir gestern mal so ein Szenario in der Gruppe im Livestream angezeichnet. Momentan knapp unter der 1.600 US-Dollar Marke. 4 Stunden E-Mail Ribbons geben Support. Aber auch hier haben wir gestern das Golden Pocket mal eingezeichnet. Sollte es jetzt so, sage ich mal, bestehen, bleiben wir nicht dieses hoch abholen. Würde dieses Golden Pocket bei ungefähr 1.240 bis 1.220 liegen. Plus der 200er SMA liegt auch in dieser Region. Wir hätten damit alle Voids wiederum gefüllt. Wir hätten unsere Korrektur im Endeffekt, die meines Erachtens notwendig ist, dann jetzt nach so einer Woche oder nach so massiven Pumps. Vor allem, wir haben hier drüben jeden Art von Widerstand mittlerweile fast rausgenommen. Wir haben noch die Möglichkeit, sage ich mal, wirklich bis zu diesen 1.735 US-Dollar auf den Monats-Pivot zu kommen. Hat den Hintergrund. Wir haben hier noch so kleine Voids oder so eine kleine Ineffizienz. Die könnte auf jeden Fall noch geholt werden. Irgendwo in diesem Bereich hier drüben auf jeden Fall. Deswegen Short-Position, wenn dann, zwei Einstiege. Irgendwann jetzt hier in diesem Bereich und dann weiter oben erst so in dem Bereich der 1.650, wer das Shorten will. Das Risiko liegt da bei ungefähr 4-5% oder so, also mit 3er Hebel 15% Risk. Muss man dann doch ein bisschen aufpassen. Aber das ist so momentan das Szenario, was ich meines Erachtens so am wahrscheinlichsten ist. Entweder wir holen uns die Hochs jetzt noch oder wir versuchen gleich die Biege nach unten in das Golden Pocket zu machen. Also das sind so die Primärziele, die ich jetzt übers Wochenende vielleicht sehe oder im Laufe der Woche, Anfang nächster Woche. Aber ein Dump oder eine Korrektur ist hier meines Erachtens bei Ethereum einfach notwendig, um diese Struktur, sage ich mal, am Laufen zu lassen. Und der Abtrend ist jetzt auch nicht mehr so der Stärkste, wenn man das jetzt mal hier so einzeichnet. Werte wird er hier auch langsam nachlassen. Also man sieht, das Volumen ist gestiegen bis zu diesem Punkt. Und seitdem doch deutlich abfallen mit einer Bearish Divergence. Möglich ist, dass wir uns wirklich dieses Hoch noch bei 1.632 holen. Und hier gab es einfach am meisten Volumen. Wäre gut, dass wir minimal nochmal drüber gehen und dann diese Korrektur im Endeffekt einsetzt. Dann hätten wir auch ein schönes Doppeltop da oben und dann können wir auch die Korrektur nach unten hin machen. So, soviel dazu. Altcoins, wie gesagt, machen wir heute nicht. Beziehungsweise im jetzigen Video später. Ich denke entweder gegen Mittag oder Nachmittag, 12, 13, 14 Uhr, wird es dann noch ein ausführliches Altcoin-Update geben. Ihr könnt mir jetzt, sage ich mal, in der nächsten Stunde jetzt auf jeden Fall noch unter das Video eure Altcoin-Wünsche reinschreiben. Euron Finance wurde schon gewünscht, Polkadot wurde schon gewünscht, Bitcoin Cash, VeChain. Schauen wir uns alles später auf jeden Fall in Ruhe an. Deswegen komplettes Altcoin-Update. Ansonsten kurz zu den News Südkorea. Kryptowährungen müssen nicht versteuert werden. Auf nach Südkorea. Keine Steuern zahlen. Auswandern. Nee, Spaß. Lest euch den Artikel gerne durch. Sehr interessant. Die sind da schon einen Schritt weiter, sage ich jetzt mal. Schaut es euch gerne an. Artikel werde ich später noch in die Telegram-Gruppen posten. Ansonsten hören wir uns später zum Altcoin-Update-Video. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.